Bushido, jetzt schießt er gegen Dieter Bohlen Angeblich sitzen Bushido und Dieter Bohlen 2025 zusammen in der DSDS-Jury. Unvorstellbar, bei der Kritik, die der Rapper nun am Poptitan äußert. Der Wirbel um die kommende DSDS-Jury geht weiter. Vor einigen Wochen lief das Finale der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar, doch der Sieg von Christian Jährich geriet angesichts der Skandale in den Hintergrund. Bushido spricht Klartext über Dieter Bohlen Wir erinnern uns, über mehrere Jahre saß Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen, 70, in der Jury der Castingshow. Doch nach dem Polizeieinsatz in seiner Villa und einem eskalierten Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rüpper wurde Kritik an dem Sänger laut. Schließlich trennte sich RTL von dem DSDS-Sieger. Ob das Jury aus mit den Schlagzeilen zusammenhängt, ist unklar. Berichten der Bill zufolge soll der Nachfolger von Pietro Lombardi auch schon feststehen, Rapper Bushido, 46, der bereits einen ersten Auftritt im Finale von DSDS 2024 hatte. Doch angesichts der neuesten Aussagen des Musikers ist es eher fraglich, ob er wirklich im kommenden Jahr am Jurypult Platz nehmen wird. Denn in der Sendung TV Total hat Bushido ganz deutlich seine Meinung über den Produzenten kundgetan. Das hält Bushido wirklich von Dieter Bohlen. In dem Spiel das Ranking sollte Bushido mit seiner Frau Anna Maria Ferchitschi verschiedene Stars aus dem Musikbereich bewerten, von Nummer 1 als Bester und Nummer 7 als Schlechtester in der Kategorie. Als eine Karte mit Dieter Bohlen auftaucht, redet der Rapper direkt Klartext, er muss auf jeden Fall ins hintere Ende, ich würde ihm nicht die 7 geben, weil ich hoffe, dass jemand kommt, der noch beschissener ist.